Moin Leute, was geht? Willkommen zu dieser neuen Folge Clash of Clans. Ich bin hier gerade im Urlaub, das hier ist ein Voice-Over, aber ich wollte trotzdem ein bisschen Gameplay für euch aufnehmen, auf dem Account allgemein weiterspielen, wegen dem Clash-Jubiläum, was da gerade gute Angebote gibt. Und deswegen noch ohne viel reden jetzt, ihr werdet ein bisschen das Gameplay im Hintergrund sehen, was ich so gemacht habe. Clash-Jubiläums-Herausforderung, wie gesagt, war am Start, mein Ziel ist es jetzt erstmal mit dem Rathaus hochzuruschen auf Rathaus Level 6, damit wir das Überfalls-Vorhenende starten können. Und es gibt auch Clanspiele aktuell, das heißt, da können wir auch nochmal gut Belohnungen abstauben, deswegen versuche ich da so schnell wie möglich hochzukommen. Und viel Spaß mit dem Gameplay, jetzt hätte ich hier auf jeden Fall die Clash-Jubiläums-Herausforderung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020